Wir müssen anordnen. Servus. Servus. Ja, Christian Quadrat. Wir machen das Fahrwerk fertig. Ich wollte gerade fragen, Christian, was machen wir? Wir machen das Fahrwerk fertig. Ich mache das Fahrwerk fertig, genau. Und wir schauen zu. Ja, ja. Ich kommentiere, ob das machen. Helfende Hand. Das ist der Tank mit der Steuerung. Ah, der Tank. Sorry. Was? Schauen wir mal, ob wir richtig messen haben. Der kommt halt zurück. Ja, der kommt als Quertal. Da wird der Tank montiert. Da gehst du so aggressiv ans Werk. Das war aber nicht ich. Circa können wir es. Das ist ein gutes Circa. Glaubst du? Ich glaube auch. Einmal super. Das ist schon relativ. Was sind die nächsten Schritte, nachdem das Fahrwerk jetzt eingebaut wird? Die nächsten Schritte. Ja, was sind die nächsten Schritte? Schritte. Videosprache, bitte. Was sind die nächsten Schritte? Weißt nicht, okay, gut. Wir waren jetzt zwei Wochen ja in Vegas, oder? Ja. Eben, ich muss jetzt mal akklimatisieren. Ich habe null geblieben. Null. Aber wirklich? Ich trau. Ich drehe ab. Nein, ich drehe ab. So. Da haben wir einen Tank in den. Wahnsinn. Ja, das schaut eigentlich ganz gut aus. Schau, wie das passt. Also das ist ganz extrem. Ist das heute zum Inbetriebnehmen? Ähm, wir werden es probieren, ja. Echt? Ja. Also wenn wir Überstunden machen, schaffen wir es vielleicht. Oh, ein guten Glas. Frag, was du wissen willst. Wie viel ist dieser Lufttank, der da hinten drinnen ist? Ist der immer gleich groß, oder ist das abhängig von irgendwas? Ich bin der Nulltechniker. Zum einen ist das abhängig vom Fahrwerk. Je größer die Belge, desto mehr Luft brauche ich. Zum anderen natürlich abhängig von dem, was der Kunde damit vorhat. Also wenn er ein bisschen auf Show machen will, dann sollte man halt ein bisschen einen größeren Tank nehmen und auch eventuell einen zweiten Kompressor. Im Grunde, so wie es bei dem Fahrzeug ist, den 4-Kalonen-Tank auf jeden Fall reichen. Das sind circa 15 Liter. Mehr ist immer besser, wie ein 5-Kalonen-Tank genommen. Der hat knappe 20 Liter und das ist eine ganz ausgewogene Geschichte mit dem 4,44er VIA-Kompressor. Das ist eigentlich so Standard. Ist gut, ne? Super Trupper! Das ist so eingegülltes Zeug. Hände waschen. Ja, ich habe mich eigentlich recht bemüht, dass ziemlich viel Lächer reinkommen. Wenn man schon Gewicht einbauen, meinst du, dass man halt viel Lächer macht? Ja, Gewicht ein Spannes. Wie der Rennauto, ne? Eben, ja. Kann man ruhig Lächer machen. Kann man ruhig Lächer machen, ne? Bist du ein sehr spieler Arbeiter, ne? Trifst du ihn? Ja, ich mache da die Lächer zu. Ja, danke. Ja. Das geht streng. Jawohl. Jawohl. Mit der Blechschau. Entschuldigung. Das ist nicht symmetrisch, aber da kommt dann eh noch eine Abdeckung drüber, nicht? Außerdem. Das ist jetzt funktionell. Richtig. Ich muss nur das Blech ausmessen, dass ich mich zumachen kann, was der bei der originale Handbremse durchgegangen ist. Damit ich mir das zuschnecken kann. Das geht auf keinen Fall. Das geht nicht? Uuuuh. Das ist die Abdeckung für innen für die Handbremse? Für hinten eigentlich. Okay. Nein, das ist ein voll ***. Ich muss da hinten beim T-Stiefel die Leitung aufmachen. Da muss ich wieder ein Zehner sein, ne? Also, ich weiß, es ist ein Braum. Nein. Durch. So. Da brauche ich 48 Hände. Du musst halt schauen. Es ist ein Braum. Ja, geht schon. Hahaha. Wie er lacht immer. Hahaha. Sehr gut. Der andere Christian möchte sein Fahrwerk jetzt endlich. Ich verstehe sogar. Aber was braucht man denn so lange, Christian? Da wird... Alter. Schau her halt. Woher? Kein Platz ist da drin. Da geht eh noch. Ich sehe ja nicht mehr was, Christian. Ich habe ja kein Schraubmagazin oder was, dass ihr mir die Muttern auszusuchen könnt. Jetzt muss ich jetzt alles da irgendwie rein... Darf man fudeln sagen? Ja. Ein fudeln. Nicht die beste Idee jetzt war das. Naja, also schon. Aber... Ja. Es ist leichter, wenn wir das alles... schon ein bisschen früher gemacht haben. Tiptop. Schaut geil aus, oder? Schon gut aus. Fühl mir wirklich gut. Mit den Verkleidungen und so, das schaut echt clean aus, Daniel. Das ist ja nicht so, dass es irgendwie Zahnfuscht ist. Ein großes Lob an dieser Stelle. Danke. Danke dir. Bitte schön. Kann man Danke sagen, wenn wer gut arbeitet? Was, da nicht ein? Wo nicht? Andere? Ja. Okay. Wir sind gleich fertig, oder? Wir sind gleich fertig. Die Batterie ist da. Gott sei Dank. Rot ist Plus. Wo nichts drauf ist, ist Minus. Oh. Oh. Kann ich größer passt? Ja. Super. Licht geht. Vor mir Sitz für euch. Geht alles? Geht alles? Geht alles? Haha. Wie krank ist denn das? Komm her. Ah. Ah. Pff. Bisschen. Pfff. Ist schon tief. Ist eh ok. Wie geil bist du? Passt, oder? Wie geil. Leute, das ist ja verrückt. So gelitten! Bitte! Ich liebe es! Du bist ein Wahnsinn! Super, oder? Super! Ich kann nicht mehr! Boah! Ah, die vergeben! Ah, da, mehr Gempa gehört sowieso! Weil dein Farmer-Siegel ist da drin! Das ist mein Lampaccini und so, ne? Ja, Stutz kann man mehr geben! Wir dann auch moderieren jetzt, ne? Wir sind zufrieden! Wir sind zufrieden? Ja, mehr ist zufrieden! Ein paar geglückt, alles funktioniert, alles dicht! Schaut gut aus! Schaut alles geil aus, es passt perfekt! Ganz kurz, es hat uns wirklich leid! Geht's eh? Ich bin nicht gut! So weit, so gut! Ich danke dir noch einmal recht herzlich! Danke, bitte! Kein Problem! Können wir gut schlafen gehen heute! Rein am Gewissen! Rein am Gewissen! Darf gearbeitet, gibt's nichts! Pussy! Papa!